Lass mal los da. Schau mal da, dein Kumpel ist da, ein Trink, Trink. Ich hab's schon liegen, Schatz. Nee, dann lang nicht hin. Na, wenn einer ist, dann geht der andere auch, weil die sind echt totale Futterneider, die Viecher. Na, der haut aber rein, oder? Mhm. Endlich, sagt er. Futter, Futter. Der ist bald fertig. Der ist bald fertig, ja. Die dicke Wurst. Der ist bald fertig, ja, ich hab's schon liegen, Schatz. Ja, ich hab's schon liegen, Schatz. Der ist bald, Herr. Vielen Dank.